Bist du soweit? Ja. Sie haben gerne Angst? Sie wollen bestimmt alle unsere Spukgeschichten hören. Wir machen ihnen Angst. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich find's hier total unheimlich. Angst vor dem Paranormalen. Ich spüre, in diesem Haus stimmt was nicht. Vor dem Anormalen. Vielleicht sind die beiden in irgendeinen sortalischen Kult verwickelt. Vor Hexen. Sowas wie das hier hab ich noch nie gesehen, Mann. Wir werden hier draußen sterben. Vor der Vergangenheit. Nicht, dass ihr Haus von Geistern besessen ist. Es ist ihr Sohn. Vor dem Monströsen, das im Dunkeln lauert. Herzschlag. Vom 28. bis zum 31. Oktober. By Kinobet TV.